Wer in Deutschland seinen Job verliert, der bekommt Arbeitslosengeld. Oder etwa nicht? Das hängt tatsächlich davon ab, wie lange du vorher eingezahlt hast. Was außerdem beim Bezug von Arbeitslosengeld wichtig ist, das beantworten wir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Die Vorstellung ist wirklich simpel. Wer seinen Job verliert, der steht in Deutschland nicht mittellos da, sondern er fährt Unterstützung vom Arbeitsamt und zwar durch das Arbeitslosengeld. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wir müssen hier nämlich unterscheiden und dafür müssen wir uns erst mal zwei Begrifflichkeiten anschauen. Denn ein Arbeitsamt, das gibt es in Deutschland schon seit rund 20 Jahren nicht mehr. Dafür gibt es zwei unterschiedliche Institutionen, nämlich einmal die Arbeitsagentur und dann noch das Jobcenter. Zwei unterschiedliche Behörden. Wenn du deine Kohle von der Arbeitsagentur erhältst, dann handelt es sich um das Arbeitslosengeld. Darum geht es auch in diesem Video gleich also mehr dazu. Arbeitslosengeld bekommst du nur dann, wenn du vorher eingezahlt hast. Denn es handelt sich um eine sogenannte Versicherungsleistung. Außerdem gibt es eben noch das Jobcenter und hier wird das Bürgergeld überwiesen. Früher nannte man das auch Hartz IV. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Grundsicherung für Arbeitssuchende gehört. Bürgergeld ist keine Versicherungsleistung. Das ist eine Sozialleistung, kommt ursprünglich auch aus der Sozialhilfe. Hier gelten also ganz andere Kriterien als beim Arbeitslosengeld. Zurück zum Arbeitslosengeld. Die wichtigste Botschaft ist, wenn du Anspruch auf Arbeitslosengeld haben möchtest, dann musst du mindestens ein Jahr lang Beiträge gezahlt haben. Zwölf Monate lang. Ganz konkret müssen diese zwölf Monate innerhalb der letzten 30 Monate anfallen. Wenn du früher irgendwann mal eingezahlt hast, dann verjährt das bis zu diesem Zeitpunkt. Dazu ein Beispiel. Patrick ist 45, aus Flensburg. Der hat in den letzten 20 Jahren immer für dieselbe Firma gearbeitet, war auch nie arbeitslos oder so. Und jetzt muss eben die Firma aus betrieblichen Gründen ihm die Kündigung aussprechen. Der hätte jetzt Anspruch auf Arbeitslosengeld. Und wie lange? Dazu gucken wir uns mal eine Grafik an. Der Peter hätte Anspruch auf ein Jahr lang Arbeitslosengeld. Also bis zu zwölf Monate. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat er insgesamt 24 Monate eingezahlt. Das ist der wichtigste Grund. Und zweitens ist er noch nicht älter als 50. Das ist der zweite wichtige Grund. Denn ab dem 50. Geburtstag kannst du auch länger als ein Jahr lang Arbeitslosengeld beziehen. Die maximale Anspruchsdauer sind 24 Monate, also zwei Jahre. Die gibt es aber nur, wenn du mindestens 58 bist und zuvor mindestens 48 Monate eingezahlt hast. Wenn du selbst kündigst oder einen Aufhebungsvertrag unterzeichnest, kann das ein Problem werden, weil die Arbeitsagentur eine Sperre aufbrummen kann. In dem Fall verzichtest du auf einen großen Teil deines Arbeitslosengeldes. Also bis zu ein Viertel kann dann weg sein. Wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich zwei Jahre Anspruch hättest, kann auf diese Weise sechs Monate komplett wegfallen von deinem Arbeitslosengeld. So eine Sperre beim Arbeitsamt hat aber auch noch andere negative Konsequenzen. Zum Beispiel werden in dieser Zeit auch keine Rentenbeiträge gezahlt. Das kann dir also auch dann noch auf die Füße fallen, wenn du zum Beispiel irgendwann in die vorgezogene Altersrente wechseln möchtest. Falls dir dein Chef also vorschlägt, dass du einen Aufhebungsvertrag unterzeichnest, solltest du dich vorher unbedingt arbeitsrechtlich beraten lassen. Also, um überhaupt Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben, musst du eben vorher eingezahlt haben. Mindestens zwölf Monate. Wenn du Angestellter bist, funktioniert das ja sowieso ganz automatisch. Da zahlen du und dein Arbeitgeber die Beiträge an die Arbeitslosenversicherung. Du kannst aber auch zum Beispiel, wenn du selbstständig bist, freiwillig Beiträge zahlen. Und die magische Schwelle zum Arbeitslosengeld sind eben diese zwölf Monate. So lange musst du mindestens einzahlen, um Anspruch zu haben. Dann erst mal sechs Monate. Und je länger du eingezahlt hast und je älter du bist, desto länger ist dann auch der Anspruch auf Arbeitslosengeld. Problematisch kann es werden, wenn du kurz vor der Rente noch mal arbeitslos wirst. Denn das kann dann auch Auswirkungen auf deine Planung für den Ruhestand haben. Mehr dazu in diesem Video. Für heute war es das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ciao und bis bald.